Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute mal zu diesen mysteriösen Kartruts, also offiziell Wagenspuren oder Schleifspuren auf Malta. Aber diese Spuren gibt es weltweit. Und auf Malta ist es nur ganz besonders auffällig, weil diese Spuren halt eben auch ins Meer münden oder halt eben an Abgründen und Tälern aufhören, wo man sich natürlich fragen kann, naja, also was soll denn da passiert sein? Aber diese Anomalien findet man weltweit. Und vor allem findet man halt eben auch ganz viele Hinweise darauf, dass diese Spuren ins damals, wie auch immer geartet, noch weiche Gestein eben eingebracht wurden. Und ja, gleichzeitig gibt es keine offizielle Erklärung dafür, also einerseits, wie diese Spuren entstanden sein sollen. Und auch wenn sie wirklich in das noch weiche Gestein angebracht wurden, wann soll das bitte gewesen sein? Was sollen diese Spuren dann bitte sein? Also ein super interessantes und auch wenig erforschtes Phänomen. Und das schauen wir uns in diesem Video einmal genauer an. Und ich will dich gleich mal mitnehmen. Das ist hier von der Seite kartruts.de auf diese Reise. Und zwar der Uwe Schneider, der Betreiber dieser Seite, schreibt, wir sehen diese Spuren, ordnen sie vermutlich unbewusst als Wagenspuren der Vorzeit ein, gehen weiter und vergessen das Ganze. Auf den ersten Blick erscheinen uns also die Spuren als unspektakulär und langweilig da. Sie nicht so attraktiv wie zum Beispiel die Pyramiden sind. Aber das täuscht gewaltig. Taucht man in die Materie ein, wird man schnell feststellen, dass diese Thematik ein einziges großes Rätsel ist. Alleine schon die Erosion lässt ein gewaltiges Alter vermuten und die Eigenschaften sowie der Verlauf der meisten Spuren erscheinen vollkommen sinnfrei. Auf diesen Planeten existiert auf vielen Kontinenten ein archäologisches Rätsel der besonderen Art, das erstaunlicherweise kaum jemandem bekannt ist. Kartruts, also die sogenannten Wagenspuren oder Schleifspuren. Und er sagt auch, um korrekter zu sein, es wird im Allgemeinen angenommen, dass es sich um Fahrzeugspuren handelt, weil Beweise gibt es bis heute nicht. Und er hat eben auch selber ganz viel Forschung gemacht, hat gesagt, naja, also die Trittspuren der Tiere fehlen komplett. Und es gibt teilweise auch Spuren, die drei Meter tief sind. Und das müsste dann schon ein ganz schön großes Rad gewesen sein. Aber alles Schritt für Schritt. Wir schauen uns das erst mal an, denn diese Spuren gibt es weltweit. Und also wenn man mal hört, wo es diese überall gibt, dann merkt man schon ganz schnell, also die allgemeine Erklärung, die gerne herangezogen wird, dass sie halt eben zur römischen Zeit entstanden sind, scheidet schon mal aus. Denn man findet sie auf der Osterinsel in Südamerika, Mexiko, auf den Azoren in Portugal, Frankreich, Spanien, Mallorca, Menorca, Libyen und Italien, Kroatien und oft Zypern. Und man merkt, also so weit sind die Römer laut unserer offiziellen Geschichte dann doch nicht vorgedrungen. Also muss man halt wirklich überlegen, okay, was kann hier passiert sein? Und vor allem, wenn man sich mal anschaut, dass diese Spuren teilweise also genau die gleiche Entfernung zueinander haben, das ist mal hier auch von der Seite von Uwe Schneider, also kartrads.de, der teilweise weltweit diese Spuren übereinander legt, dann merkt man, also so einfach wird einem die Erklärung dann doch nicht gemacht. Also hier sieht man halt eben Malta und Frankreich hat also eine fast identische Spurbreite. Und der Uwe Schneider hat das Buch geschrieben, Wege ins Nichts und ist da wirklich dem Phänomen sehr tief nachgegangen. Deswegen habe ich hier auch einige Zitate seines Blogs rausgesucht, weil, und das stimmt, was er sagt, die meisten Menschen gar nicht, also da ins Detail blicken. Und wenn man aufs Detail schaut, dann merkt man, dass die offizielle Erklärung also nirgendwo hinführt. Das können keine Wagenspuren gewesen sein. Es muss etwas komplett anderes sein. Und dann ist natürlich die große Frage, die bis heute niemand beantworten kann. Ja, was sind es denn dann für Spuren? Wir springen mal kurz zu John Levy, denn da hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Und er hat über diesen White Cliffs Wagon Trail in Arizona mal ein Video gemacht. Und also laut der offiziellen Version sind das dort halt eben Wagenradspuren im vulkanischen Grundgestein aus den 1870er Jahren. Und dort wurden dann angeblich aus den Minen die Erzvorkommen mit Wagen herausgefahren. Und das hat halt eben diese Spurrinnen in das Vulkangestein eingebracht. Und ja, hier ist man schon mittendrin in der Erklärungsnot, weil der amerikanische Kontinent ja erst, also offiziell durch Christopher Columbus, entdeckt wurde. Und das Rad ist ja vorher dort gar nicht bekannt gewesen. Das bedeutet, man hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder diese Spuren müssen so erklärt werden, dass sie erst nach der Entdeckung von Christopher Columbus dort eingebracht worden sind. Und da hat man dann halt eben nur wenige Jahrhunderte Zeit. Oder man müsste halt eben die komplette amerikanische Geschichte einmal neu schreiben. Und deswegen sind es hier halt eben Wagenspuren in den USA. Aber wenn man das mal weltweit betrachtet, dann merkt man, naja, also das erklärt letztendlich nicht viel. Also und auch hier, ich zeige dir mal ein paar Bilder von John Levy, merkt man schon, dass das keine Wagenspuren sein können. Also das ist hier so das bekannteste Bild, auch mit diesen Einkerbungen, Einbuchtungen am Rand, wo halt eben gesagt wird, da waren Senkpfähle drin, an denen halt die Wagen so bergauf gezogen wurden. Aber man sieht halt hier ganz oft, dass die diese Spuren einfach so abbrechen und ins Nichts führen. Oder halt eben, dass die Wände daneben eingekerbt sind, also oder eingeschnitten, als wäre da halt irgendwie, ja, was langgeschliffen. Und das sieht man zum Beispiel auch in Malta, also hier von kartrads.de, von Uwe Schneider. Da sieht man halt, dass, also halt da was entweder massiv übergestanden hat und in das Gestein eingeschnitten hat. Aber, ja, also das müsste dann ganz schön weich gewesen sein, dieses Gestein. Nochmal zurück zu John Levy nach Amerika, denn dieser Trail, diese Spuren hören einfach so im Geröll auf. Also laut offizieller Geschichte war da oben mal eine Eisenbahnlinie, wo dann halt eben das Erz verladen wurde. Ja, aber wenn da oben nichts weiter ist, wenn es im Geröll aufhört, wird das schwierig. Und auch in Malta haben wir das. Hier ist zum Beispiel mal eine, ja, Gabelung, also wo man halt auch denken könnte, na gut, da müssten ja dann diese Wagen umgelenkt worden sein. Aber du siehst hier, diese Gabelung führt ins Nichts. Also dahinter geht es ein paar Meter tief nach unten und die Spur geht danach auch nicht weiter. Oder, also du merkst, und dieses Phänomen hat man halt auch weltweit, dass halt einfach diese Spuren abbrechen, dass man dann halt eben schon merkt, so naja, also welcher Wagen soll da bitte gefahren sein. Und auf Malta haben wir ja, also noch ein ganz besonderes Phänomen dieser Spuren, und zwar, dass sie ins Meer führen. Und dann sogar noch über lange Entfernungen im Meer, also unter Wasser weiter verlaufen. Das hier sind mal so ein paar Bilder, also hier diese Spuren, die zum Meer führen. Oder halt auch, hier auch wieder von cardrads.de noch ein deutlicheres Bild. Oder hier auch nochmal von timesofmalta.com, wo man halt sieht, so okay, also das führt ganz harmonisch ins Wasser hinein. Oder auch hier noch ein sehr lesenswerter Artikel von guidememalta.com, wo man halt auch sieht, okay, die führen ins Wasser. Und da habe ich auch ganz spannende Kommentare gefunden, zum Beispiel der, das seltsamste sind die Spuren, die ins Meer führen. Wir haben auf Gozo getaucht und gesehen, wie sie sich in einer langen, schmalen Bucht unter Wasser erstrecken. Wenn es so wenig Beweise gibt und einige von ihnen ins Meer gehen, wäre das ein Beweis für eine ältere Zivilisation, die nie dokumentiert wurde. Genau, auch meiner Meinung nach, führen alle Fährten genau dahin, dass halt eben vor einer längeren Zeit etwas passiert ist, oder dass vielleicht auch nicht vor längerer Zeit etwas passiert ist, aber dass dann etwas passiert ist, was zumindest das Gestein formbar gemacht hat und dass diese Rinnen halt eben noch in das formbare, weiche Gestein eingebracht wurden. Plus, dieses Ereignis findet sich halt eben nicht in unserer offiziellen Geschichtsschreibung wieder. Deswegen ist es halt eben super spannend. Noch ein paar weitere Anomalien dieser Rillen. Manche dieser Spuren verlaufen u-förmig oder v-förmig. Das ist ja auch von der Seite www.guidememalter.com. Da schreiben sie, auch die Form der Rillen spricht nicht für die Theorie der Karrenfurchen. Einige Rillen sind u-förmig, andere v-förmig. Wie man es hier sieht, darüber hinaus sind einige holprig und unregelmäßig. Ja, womit haben wir hier es ja also zu tun? Wenn man mal schaut, also es gibt wirklich keine offizielle Erklärung. Und also selbst jetzt mal, wenn man schaut auf Wikipedia, die ja also bei vielen Dingen sehr, sehr forscht, letztendlich das offizielle Bild immer stützen, lesen wir hier, Karren oder Schleifspuren auf Malta sind Furchen, die aus prähistorischer Zeit in der Geschichte Maltas stammen. Der Hintergrund ihrer Entstehung ist umstritten. Und weiter schreiben sie vorstellbar und aus weitaus älterer Zeit in West- und Mitteleuropa ebenso nachgewiesen wie Karren und Wagen sind Stangenschleifen, bestehend aus zwei starre miteinander verbundenen Holzbalken, die von Ochsen gezogen wurden. Am Ende der Balken waren demnach Kufen befestigt, die die charakteristischen Vertiefungen in den Boden geschürft haben. Sie schneiden bis zu 0,4 Meter tief in den Karst. So und jetzt kommt es aber, während die Spuren von Zugtieren nicht vorhanden sind, was ein Problem bei der Karrenspurtheorie darstellt. Die Hufe der Tiere hätten das Gestein in einer Zeitspanne, während der derart tiefe Ausschürfungen entstanden, gleichfalls nachhaltig austreten müssen. Und es gab sogar in den Jahren 2000 bis 2005 ein gefördertes EU-Projekt zur Erforschung dieser Card Ruts. Und zum Abschluss erschien ein Buch mit den Forschungsergebnissen und allein hier auf den Bildern sieht man halt schon auf dem rechten Bild diese Gabelung und auf dem linken Bild, was eher aussieht wie ein Rangierbahnhof. Also es ist ein ganzes Gitter, was ja überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Hier auch nochmal ein Bild davon, wo man halt wirklich sieht, mehrere dieser Spuren nebeneinander. Und jetzt nochmal ein ganz krasses Bild von der Seite www.guidememalta.com, wo man halt wirklich sieht, also im ganzen Gelände sind diese Spuren verteilt, wo der Uwe Schneider so ein bisschen witzelt und sagt, naja, das waren vielleicht Offroad-Enthusiasten, aber dann gleichzeitig auch sagt, das sieht so aus, als wäre da im noch weichen Gestein Offroad gefahren worden und dann muss dieser Stein ausgehärtet worden sein. Aber es gibt halt eben, wie gesagt, kein Ereignis in der jüngeren Geschichte, wo das halt eben passiert sein kann. Ja, nochmal kurz zurück zu Wiki. Wir lesen dort und das ist wirklich sehr ehrlich. Völlig auszuschließen ist auch der Gebrauch von Schlitten, die diese Kurven nicht bewältigen konnten. Neben den einfachen und häufigen parallelen Doppelspuren gibt es auch Gabelungen und Knotenpunkte. Mitunter ist der Boden so stark durchfurcht, dass sie wie die Gleisanlagen moderner Rangierbahnhöfe aussehen. So scheiden im Moment rationale Beweggründe für die Nutzung der Furchen aus. Also wow, echt mal ein mega ehrliches Fazit. Dann gibt es noch spannende Gedanken in die Richtung von energetischen Knotenpunkten, also Ley Lines. Das ist ja auch von GuideMeMalter.com. Einige schlagen vor, dass die Rillen mit den Ley-Linien, den Energien der Erde, in Verbindung stehen. Eine Theorie, die viele auch den Megalith-Tempeln zuschreiben. Also es wird davon ausgegangen, dass das, was wir als Tempel bezeichnen, antike Architekturen waren, die dazu dienten, die Sonnenenergie nutzbar zu machen. So wie die Pyramiden die Erdenergie nutzbar gemacht haben. Und dass die Rillen ein Mittel waren, um diese Energien nach Bedarf zu lenken. Und nochmal auch das Fazit von der Seite kartruts.de. Die großen Fragen sind nun die, wie und wann die Kartruts im Kalkstein entstanden sind. Bis auf ganz wenige Ausnahmen finden wir wieder keinerlei Hinweise auf Spuren von Zugtieren. Und selbst hier würde ich nicht denken, dass sie von Zugtieren stammen. Oft können wir beobachten, dass sich die Felsengeleise ganz geschmeidig durch das Kalkgestein ziehen. Besonders deutlich sichtbar wird dies am Castellar de Meca in Spanien. Keinerlei Anzeichen von Meißelspuren sind zu finden. Auch ist hier nicht wirklich vorstellbar, dass diese Spuren durch allmähliches Befahren, durch zum Beispiel eisenbeschlagene Räder entstanden sind. Selbst der Aufweg aus der Ebene auf das Felsplateau zeigt sehr deutlich, besonders in der engen Kurve, die ca. 3 Meter tief ist, viele horizontale Schleifspuren, die aber eigentlich überall zu finden sind, wo die Kartruts durch Einschnitte im Gestein führen. Sieht man diese geschmeidigen Schleifspuren, kommt sofort der Gedanke auf, dass das Gestein schon während der Entstehung der Spuren noch nicht ausgehärtet war. So wie zum Beispiel ein Stück Butter oder ein Stück weicher Butter, wo man halt auch mit dem Messer solche Spuren hineinführen kann oder halt mit jedem anderen Werkzeug. Und wenn man dann die Butter wieder in den Kühlschrank legt und sie abkühlt, dann härten diese Spuren halt eben aus. Und er schreibt weiter, Andererseits kommen einem beim Betrachten der unglaublich geschmeidigen Partien bei vielen Spuren oft der Gedanke an eine Technologie auf, die es irgendwie ermöglichen konnte, das Gestein zu erweichen und leicht zu verformen bzw. zu bearbeiten. Und er schreibt auch dazu, dass es einmal die Forschung gab von Dr. Alexander Koltipin. Und zwar hat er sich mit der Thematik und anderen Zeugnissen in Steinen aus längst vergangenen Epochen beschäftigt und schreibt dazu, aufgrund seiner zahlreichen Forschungsreisen ist er der Meinung, dass diese Spuren und viele im Felsen hinterlassene Ruinen aus dem Erdzeitalter des Neogen stammen, also vor 23 bis vor ungefähr 3 Millionen Jahren. Er datiert die Ruinen und die Kartruts in die Zeit von vor 15 bis ungefähr 6 Millionen Jahren. Große Katastrophen mit 1 bis 2 Kilometer hohen Flutwellen hätten während dieser Zeit die Erde heimgesucht und eine bereits existierende Zivilisation ausgelöscht, so die Hypothese von Koltipin. Ja, und da ist sie halt eben wieder die Sichtweise von Resets und halt eben auch von Vorgängerzivilisationen, die ja so vehement aus der offiziellen Archäologie ausgeklammert wird, die aber eigentlich uns immer wieder begegnet. Also bei Archaix, der ja diese Phönix-Ereignisse mit als Erster erforscht hat im englischsprachigen Raum. Oder Christian Köhlert, der ja hier die Phönix-Hypothese gerade veröffentlicht hat, die ja immer wieder diese Zyklen sozusagen betrachten. Und Christian Köhlert hat ja auch gesagt, gerade diese Flutmythen, diese Flut, das findet man halt eben immer wieder. Und wir haben so viele alte archäologische Zeugnisse, die sich überhaupt nicht erklären lassen, die sich im Grunde nur erklären lassen würden, wenn wir davon ausgehen, dass es Vorgänger, hochentwickelte Vorgängerzivilisationen gab, die allerdings eine komplett andere Technologie als wir besessen haben, die offensichtlich auf Steine und Gestein einwirken konnten, wie auch immer geartet. Und das halt formen konnten auf eine Art, wie es uns heute eben nicht möglich ist. Und daraufhin halt eben ja andere Bauwerke erschaffen haben, wo wir halt gar nicht mehr wissen heute, also warum und wie sind die entstanden. Und das wurde ja auch in der Dokumentation der Cheops-Pyramidenskandal so eindrucksvoll gezeigt, dass je weiter wir eben zurückschauen, also je älter diese Konstruktionen, diese megalithischen Bauten sind, desto größer aber die Steine sind, die dort verbaut sind, was halt in eine komplett andere Geschichtsschreibung uns führt, also eine komplett andere Geschichte der Menschheit, wo es halt anscheinend eine Zivilisation, eine oder mehrere Zivilisationen gab, die halt einfach eine komplett anders geartete Technologie hatten, als sie uns heute bekannt ist. Und wir sehen letztendlich nur noch die Überbleibsel davon, also megalithische Bauwerke oder halt auch einfach Granitblöcke, wo wir heute gar nicht wissen, also wie hätten die die denn damals transportieren wollen. Aber wir sehen, es ist da. Und wie gesagt, je älter diese Konstruktionen sind, desto dünner sind die Fugen zum Beispiel, desto größer sind die bearbeiteten Steine. Das ist schon ganz interessant. Ja, im Grunde, also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen an, dass die offizielle Geschichte stimmt, auch zu diesen Card Ruts. Dann bleiben hier viele Fragen offen, weil man halt eben merkt, warum sollten die ins Meer führen? Warum sollten die vor Abgründen abbrechen? Warum sollte es solche, ja, so Tracks wie moderne Rangierbahnhöfe geben? Und vor allem, ja, wie sollen die halt eben in dieses Gestein eingebracht worden sein, ohne dass zum Beispiel die Hufe von den Tieren ebenfalls zu sehen sind? Ja, oder unsere Geschichte stimmt halt so nicht. Und ja, es gibt eine andere Geschichte, die uns unbekannt ist. Und dann könnten halt eben diese Card Ruts eben tatsächlich, wie man es ja eben auch sieht, in das noch weiche Gestein eingebracht worden sein. Aber dann muss man natürlich schauen, wie kann es denn sein, dass dieses Gestein zu einer gewissen Zeit eben weich gewesen ist? Ja, und was kann da passiert sein? Also ist es ein natürliches Ereignis, was dazu geführt hat? Ist es ein künstliches Ereignis? Also in beiden Richtungen würde unsere offizielle Geschichtsschreibung neue Wege gehen müssen. Also so oder so ist es auf jeden Fall sehr interessant, sich mit diesen, ja, Card Ruts zu beschäftigen und auch hier mal wieder zu schauen, hey, was könnte denn da passiert sein? Und ja, was könnte wirklich als wahre Geschichte dahinter liegen? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine weiterführenden Kommentare. Lese ich halt immer sehr gern und bringe mich halt auch immer wieder auf ganz neue Ideen. Danke an dieser Stelle dafür. Danke auch fürs Zuschauen und vor allem danke an alle, die mich unterstützen. Wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.